so meine lieben wir haben hier im wunderschönen kestel ein mega objekt sieben zimmer sieben zimmer sieben zimmer und mit meerblick und mit terrasse und mit indoor pool drei anrufe ich wollte das video jetzt zum dritten mal starten muss ich ausmachen da habe ich auf flugzeug modus gemacht jetzt kann man in ruhe filmen das ist einfach zu viel so das gehört dazu das gebäude das wäre der pool und jetzt schauen wir uns den indoor pool an das ist der garten alles schön sauber und ordentlich das objekt kostet 235.000 euro aber ist riesig riesig und hat mehr blick und ist etwa am ende von diesem gebäude dadurch dass es am ende vom gebäude ist ist es auch etwas leiser weil sonst wäre es zu laut hier haben wir die sauna sauna bereich moment ich mach mal licht so sauna sauna dann haben wir hier toiletten toiletten duschen für den indoor pool das wäre der indoor pool der wird jetzt auch gestattet der wurde gerade gereinigt und jetzt wird er dann gestattet hier haben wir eine camellia und hier haben wir einen kinderspielplatz hier haben wir tischtennis bauchtrainer wenn irgendeinem meine videos nicht gefallen weil ich zu schnell filme oder so sei froh dass ich die zeit habe zu filmen okay wie nennt man das immer essen auf dem tisch friss oder stirb tut mir leid leute das klingt arrogant soll es aber nicht sein das hat nichts mit arrogant sein zu tun das hat einfach nur was mit zeitdruck zu tun ich habe keine zeit jetzt ihr werdet die wohnung lieben ihr werdet die wohnung lieben sieben zimmer blauer aufkleber bedeutet in ordnung ja leute was soll ich machen wir haben keine zeit und er wird immer fetter und er hat sich rasiert ja wenn wir in deutschland wären wären hier schon wieder tausende kratzer und alles kaputt und irgendwie uringestank aber nein wir sind zum glück in der türkei und haben all diese scheiße hier ist noch geil zu leben noch geil dass man keinen nervensammlung bekommt und alles noch logisch zum glück in germany bekommst wegen der unlogik schon kopfschmerzen erzählt mir nix leute ich kriege täglich mails erzählt mir nix so das wäre die abstellkammer von dieser wohnung da kann man seine fahrräder rein stellen und auch die klimaanlage wird hier angeschlossen also leute eine riesen wohnung mit super terrasse ihr werdet euch verlieben wenn sie aufgeht also hier passt alles hier ist alles gepflegt so meine lieben es ist so dass wir die siebenzimmerwohnung die zeige ich euch gleich jetzt fangen wir erstmal mit dieser hier an diese kostet nur 100 wie viel 100 179 179 das wäre die küche das hier wäre das wohnzimmer das ist eine duplex wohnung eine duplex wohnung hier haben wir toilette mit dusche das wäre das gästebad das besondere hier an der wohnung ist das ist eine vierzimmerwohnung aber ihr wisst was ich immer sage und dazu stehe ich auch das wäre mir zu laut ja das wäre mir zu laut die andere die ich euch zeigen will ist am ende des gebäudes und dann ist es leiser diese scheißdrecks roller und motorradfahrer ja das sind die größten nerver ja der rest wäre nicht mal so laut ansonsten geht es schon ansonsten geht es schon so jetzt schauen wir uns die anderen zimmer an also wer lust hat auf diese wohnung 179.000 hier wurde gerade neuer gestrichen dann haben wir hier noch mal ein bad noch mal ein bad noch mal ein bad und hier noch mal ein kleines zimmerchen das wäre als arbeitszimmer super jetzt schauen wir uns die terrasse an und hier haben wir noch mal zwei zimmer hier haben wir noch mal ein bad also haben wir wie viele bäder wir haben drei bäder in dieser vier zimmerwohnung und eine kleine terrasse mit strom und wasseranschluss ohne kleine terrasse mit dieser aussicht und alle die nicht an die flache erde glauben oder an alle die glauben die sonne ist nur die sonne ist über 600 millionen kilometer weit weg die musst du mal fragen ja wieso ist dann nur hier ein spot ja wieso ist dann nur hier ein spot und wieso strahlt es in die richtung das heißt die sonne ist nicht so weit weg und hier sieht man sogar schnee bedeckte gipfel schnee bedeckte gipfel so meine lieben also mega wunderschöne vier zimmerwohnungen für einen guten preis also warum dieser preis weil es in kestel ist weil es neubau ist das ganze gebäude ist nicht mal fünf jahre alt dann diese mega aussicht ja diese mega aussicht dann indoor pool dann großer outdoor pool sauna deswegen so leute wer lust hat meldet sich vielen dank bis zum nächsten video tschüss vielen dank bis zum nächsten video tschüss bis zum nächsten video tschüss Das war's. Das war's. Für euch alle gut. Und für mich auch. Und alles besser. Qualitativ. Viel mehr Sicherheit für euch. So was man nicht wieder verlieren. Das war anstrengend. Das war's. 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 Das war's.